Dann ist das wahrscheinlich die Fackel Und ich hab die Fackel jetzt Oh, ich hab die hier auf dem Rücken Okay, ich kann die auch immer wieder abnehmen Ablegen Hier, friss selbst Aber ich glaube ich muss die ja Ich muss die ja irgendwo hinbringen Ich kann übrigens keine Ability einsetzen Ich kann nur noch schießen Gibt es irgendwo So eine Art Nee Der Weg ist nicht sicher Ich kann nicht mehr doppelspringen Ich kann nur ein bisschen hüppen Also hier zum Beispiel Hat der besondere Fähigkeiten Hab ich ihn jetzt hier hinten hin gebombt Ähm Tja, ich glaube ich hab den Ring zerstört Das sind diese Das ist echt heftig Diese Rätsel Cool Cool Das war's aber auch schon Das schwankt hier richtig hin und her Oh Gott Mitten ist schlecht Ich stelle fast, dass ich hier schon war Alter, ich kriege Augenkrebs davon So Okay, es zerstört ihn offenbar Wenn ich das richtig gesehen hab Sehr gut Ich sag nicht, ich muss dann hüpfen Gah Gah Bleib hier. So ich kann auch mit Kugelspeichern. Lass mich. Lass mich. Schmerz. Oh, ich bin im Ziel. Oh, ich bin im Ziel. Der Schlüssel zu den Elendsruinen. Das Gumon-Siegel wurde gefunden. Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesen Schlüsseln kannst du die Elendsruinen betreten. Ich weiß auch genau, was gemeint ist. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Es ist im Teil des Windes. Gut. Hey, wir haben eine Karte. Tee. Wir sind nicht mehr blind. Wir sehen, was wir entdecken. Das ist doch gut, endlich. Das Winde wird ganz schön tief, denke ich. So, was haben wir eigentlich neu? Dieses Fliegen, ne? Mehr oder weniger. Es ist ja nicht mehr... Klettern haben wir neu. Klettern können wir. Gut gebrochen in der Mondkrotte irgendwo. Da. Da. Da brauchen wir klettern. Das sind die letzten 1%. Okay. Was ist die Frage? Da ist irgendwo ein Ding ins Moment, was ich auch noch nicht gesehen habe. Woll ich ja schon fast sagen, gehen wir da hin. So, ich will mal gucken, ob ich beim Brauerpass nicht noch etwas aufdecken kann. Ey, das war gemein. Ich will mich einfach so angreifen. Pfff. Das ist wahrscheinlich nicht gerade so gedacht, dass man das macht, aber doch. Ich mache es. Wir müssen auch das Geisterportal, ne? Ja, endlich aufladen. Ach, sehr gut. Auch dringend notwendig mal aufzuladen. Ob ich hier hochklettern kann? Sieht fast aus. Aber nur mühselig. Wenn ich runterfalle, habe ich Pech gehabt. Ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig, als... Na, das wollte ich eigentlich nicht. Also den hier. Miuuuu. Alter, ist das laut hier. Ah. Load. Ah. Load. Hm. Ähm. Ähm. Siehst du, die kann ich mal zerstören damit. Oh Gott. Warum geht denn das jetzt nicht? Warum geht denn das jetzt nicht? Oh Gott. Zack. Tadam. Und. Die kann ich... Ne, die kann ich nur bezahlen. Das Kartenfragment. Sehr schön. Muss ich nur noch das Karten-Terminal finden. Gehen wir da rüber. Gehen wir da rüber. Gehen wir da rüber. Ah, ich seh schon. Ah, ich seh schon. Oh, ein bisschen zu viel. Oh. Oh. Jetzt hab ich es getötet. Hmhm. Ah, er hat's geschafft. Sehr gut. Ah, er hat's nicht geschafft. Er darf nochmal. So. Hey. Ach, jetzt sobald er mich trifft, ist das Ende. Muss ich hier unten irgendetwas machen? Ja, ich muss ihn nochmal ablenken. Na toll. So, ich muss ihn irgendwie... Ich muss irgendwie schneller sein als er. So zum Beispiel. Ha, das Karten-Terminal. Cool. Sehen wir alles. So groß ist es ja nicht. Und da ist dann auch schon unser Ziel. Wird wahrscheinlich auch der Boss sein. Mensch, wir kommen ja gut voran hier. Wie die Spinne nicht herschwingt. Och, geh. Er hat sich eingesperrt. Gut. Dann wollen wir doch mal den letzten Punkt. Oder vorletzten Punkt. Ich weiß es gar nicht. Den nächsten Punkt ansteuern. Oh. Oh, oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020